Nach der Selbstverwichtigung, es kann eine sehr tolle Erfahrung sein, für viele, für andere eine schwächere Erfahrung sein, das macht nicht, was wichtig ist, ist, dass die vielleicht ganz aufrichtig mit sich selber nach dieser Erfahrung die Absicht nehmen, ich will jetzt regelmäßig, vielleicht für eine Woche, vor dem Fotograf sehen und meditieren, zum Beispiel in einer Viertelstunde, ob ich etwas wirklich spüren werde, ob es wirklich richtig ist, was ich alles erfahren habe, oder ob es nur Luft ist. Aber diesen Entschluss müssen Sie nehmen, das können wir für Sie nicht machen. Aber irgendwie, Shri Mataji war in der Schweiz, und in Franz und in England, und Leute haben ihre Selbstverwichtigung gehalten. Und nach einer oder zwei Wochen, haben sie regelmäßig meditiert, nach zwei, drei Wochen, konnten sie schon viele Erscheinungen und alles beweisen durch ihre Finger und die Zentren. Und im Inneren von drei Wochen wurden fantastische Vorschritte gemacht, weil sie sich einfach die Mühe gegeben haben, und sich dann nur jetzt regelmäßig, wie ich, ein bisschen zählen, 15 Minuten, so, schauen, ob ich von Sahaja Yoga wirklich etwas erhalten kann. So, ich will nicht länger sprechen, das ist nur ein Rat, den ich geben könnte, es braucht nicht befolgt zu werden, und trotzdem, trotzdem finde ich es wichtig, dass man ein Gift, das man bekommt, sich bewahrt. Allmählich, nach einer gewissen Zeit, merkt man, dass dieses Gift noch schönere Seiten hat, als man am Anfang geglaubt hat. Und ich, am Ende möchte ich noch Ihnen sagen, es wird am Ende des Wittlings Fotografen gegeben werden, und Sie können ganz einfach diese Fotografen nehmen, fotografieren und Texte, Erklärungen und so weiter. Und es gibt auch ein Zentrum hier in Wien und alle Erklärungen werden noch am Ende des Wittlings noch geben werden. Ich bowe zu all den Seekern der Wahrheit. In meinen letzten Reden habe ich Ihnen über die Zentren erzählt, die in der unteren Teil des Körperten gelegt wurden. Heute möchte ich die restlichen drei Zentren beschreiben, die hier, hier und hier liegen. Diese sind sehr wichtige Zentren für Menschen. Das sind sehr wichtige Zentren für die Menschen. Wenn ein Mensch, als ein Mensch, als ein Mensch, seine Kopf hochgelegt hat, dieses Zentrum hat eine neue Dimension. Dieses Zentrum ist als Vishuddhi Chakra. Und dieses Zentrum heißt Vishuddhi Chakra. Und dieses hat 16 Blätter, die sich in dem sympathischen, oder im parasympathischen Nervensystem befinden, 16 Plexen befinden. Die sehen sich nach unseren Augen, Nose, Nose, Nose. Und unsere Zunge, unsere Augen, die Teil des Augen, und das ganze Gesicht. Und das ganze Gesicht. Wenn ein Mann ein großer Ego hat, dann lässt man das Kopf ganz hoch nach hinten. Wenn ein Mann ein großer Ego hat, dann lässt man das Kopf ganz hoch nach hinten. Und wenn er zu viel Ego hat, dann lässt man das Kopf ganz hoch nach hinten. Dieses Zentrum ist extrem wichtig für Menschen und für Sahaja Yoga. Denn die Hände spielen eine große Rolle in Sahaja Yoga. Um eine universelle Sprache zu bekommen, müssen wir unsere Hände nutzen, das ist das Beste. für Menschen, die blind sind, die blind sind, die blind sind. Die beste Sache für sie ist, die Hände nutzen. Also diese Hände, obwohl wir uns selbst mit Fingern und Gestern expressen, sind noch nicht entschuldigt. Wenn das Zentrum entleuchtet werden, dann werden diese Hände auch entleuchtet, dann werden diese Hände auch entleuchtet. Der Zentrum hat zwei Seiten, einer an der rechten Seite und einer auf der linksen Seite. Das arriba-Side-Center ist befrikt, wenn ein Mensch fühlt sich 다 verletzt. auf der linken Seite, wenn ein Mensch sich schuldig fühlt. Und es gibt den Ascent des Kundalini. Deshalb bitte ich immer alle Western-Seekern, zuerst zu sagen in ihrem Herzen, Mutter, ich bin nicht schuldig. Diese sind die Konditionen, die zu uns gekommen sind. Wir kommen aus und zu der Vergangenheit, von so-called Religionen, von so-called Psychologisten, und von anderen Leuten, die uns für unsere Erziehung in unserer Kindheit zu tun haben. Wenn materielle Sachen für die Eltern sehr wichtig waren, sie alle Zeit schouten an den Kindern oder sie schreiten, sagen sie, sie haben immer geschwächt, sie haben immer geschwächt, sie haben immer geschwächt, sie haben immer geschwächt. Sie müssen immer aufpassen, auf den Teppich, auf den Tisch und so weiter. Und das ist so, wie wir eine Art von Schulden in uns entwickeln. Und so entwickeln wir ein großes Schuldgefühl in uns. Wenn wir in der Schule und an der Universität aufwachsen, dann kriegen wir es noch mehr. Die Kinder müssen ihre Erziehung mit viel Liebe kriegen. Es gibt ein großes Gefühl, besonders mit den Menschen, die sehr entwickelt sind, dass Kinder durch Gehirnwäsche zu kontrollieren müssen. Aber dieses Gehirnwäsche resultiert in diesen lustigen Problemen, die genannt werden, der Gehirnwäsche. In der gleichen Weise, die Psychologen, die über das Gehirn diskutieren, verstehen wirklich nicht die Effekte dieser Art von Diskussion. Diese Psychologen, wenn sie über die Schwierigkeiten sprechen, wissen sie nicht, dass diese pathologische Fälle sind. Das ist nicht normal, das ist ein abnormale Fälle. Aber wenn Sie über diese abnormale Fälle diskutieren, dann wird es eine gemeinsame Krankheit. Sie leben aber so, dass die Leute sich dann am Schluss alles so schuldig fühlen. Sie arbeiten selbst mit den schulden Menschen, die besessen sind. Und sie haben keinen Weg, sich von diesen schulden Menschen zu beschützen. Das ist so, dass sie sich selbst schuldig werden. Und dann, nachdem sie diese Krankheit in ihnen entwickeln, werden sie es in größeren Bereichen generieren, indem sie sagen, dass einer eine Schwierigkeiten entwickelt, und das passiert mit Schwierigkeiten, das passiert mit Schwierigkeiten. Und dann entwickelt sich das dann weiter, weil die Leute dann darüber sprechen, und dann entwickelt sich, dass jeder sich so fühlt. Jetzt hat Gott die Menschen in seinem eigenen Bild erschaffen. Jetzt hat Gott die Menschen nach seinem eigenen Bild geschaffen. Es gibt keinen Grund, warum die Menschen sich schuldig fühlen sollen. Es gibt keinen Grund, warum die Menschen sich schuldig fühlen sollen. Wenn diese Menschen in der Menschen nicht schuldig fühlen, wie kann dieser Juden, die nichts, aber die Liebe, Sie werden Sie als schuldig fühlen, wie kann dieser Göttliche Richter nicht schuldig fühlen, wie kann dieser Göttliche Richter Ihnen schuldig fühlen? Sie sind von Amoeba gekommen bis zu diesem Bereich. Und Gott hat Sie als der Epitome der gesamten Göttlichen erschaffen. Und jetzt beginnt Sie an, Sie schuldig fühlen. Wenn er Sie an den Seat des Geist, in diesem großen Moment werden Sie schuldig fühlen, Sie sind einfach sehr beeindruckend. Die ganze Sache ist extrem beeindruckend. All diese evolutionäre Dinge haben in Ihnen passiert, nicht damit Sie sich schuldig fühlen. Es wäre so, wie wenn ein Prinz, der jetzt anointet als König, plötzlich stoppt und sagt, »Oh, ich bin schuldig, ich kann nicht der König werden.« Selbstmitleid ist schlimmer als Selbstmord. Also das Problem der rechten Seite ist genau das Gegenteil von der linken Seite. Das ist ein Mensch, der mit aggressivem Göttlichen spricht, der hat eine Persönlichkeit, der spricht in so einer Weise, dass er die Menschen beeinflusst und sie unterdrückt. So ein Mensch wird eine sehr trockene Persönlichkeit, eine sehr strenge Persönlichkeit. Ich kenne einen dentisten, der mich kam, er war ein dentist, aber er sagte mir, »Mutter, ich habe sogar die Macht verloren, zu schüren.« »Ich kann nicht schüren, meine Muskeln nicht schüren, zu schüren, zu schüren, zu schüren.« Ich habe so fühlen, dass ich nicht schüren oder schüren kann. So ging er zu einem Heiligen, so-called, und der Heilige sagte, »Oh, Sie sind jetzt über alles gegangen.« Das ist die falsche Idee, die wir haben für Menschen, die sehr großartig sind in der Spiritualität. Suche ein Mensch muss ein Ozean des Mitleidens sein, ein Ozean des Liebes und ein Ozean des Verabschiedens. Ein Ozean des Verabschiedens. Above all, er sollte er able to give joy to people and not miseries. Normalerweise, wherever I see a painting of a saint or a statue of a saint, he looks the most miserable to me. Aber immer, wenn ich ein Bild von einem Heiligen sehe, dann sieht er so traurig aus. Wherever there are some artists, architects have carved the popes and the bishops and all that, they look so miserable that nobody would like to take their place. sometimes with these aggressive people, as a result of their aggression, also develop the left side, because they feel guilty the way they have talked to others. With this you develop problems, both the sides of the center, if they are in imbalance, you develop a center into such a way that a physical problem called spondylitis can develop. If you feel guilty or if you feel aggressive, both ways it can work out. Especially if you feel guilty, then also a heart problem called angina, sort of a thing develops. and also you develop a stiff left hand with that. Now, in short, I have told you about the Vishuddhi chakra, because we have to cover three chakras and I want to tell you today about the Spirit. above that is the center of Agnya. Agnya chakra lies in the region of pituitary and pineal body. pineal body. pineal body. It is placed exactly in the center of optic chasmas. One of the windows of Agnya chakra is shown here on my forehead with this mark. And another one is at the back of the head. Now, this center is also extremely important, because it controls your Ego and Superego. This is the center where Jesus Christ, our Lord, resides. many priests have been shocked, when I told them this. Many priests have been shocked when I told them this. But his cross is symbolic of this cross, where the Ego and Superego cross each other and are extremely close. this is the place where Christ was to be placed and bestowed upon. And this was to be accomplished by his crucifixion, so that his subtler body enters into that area of our awareness. So that his subtler body enters into that area of our awareness. that center, which is very, very subtler and difficult to enter into. He was, his body, only his body, was made of the vibrations, that you feel. He was, his body, only his body was made of the vibrations that you feel. These vibrations are called AID OM or Chaitanya in Sanskrit language. When he is just made of that, he could walk on the water. The other day somebody told me that Christ wurde irgendwo geboren und jetzt wird er auf die TV kommen. Ich habe gesagt, es ist besser, ihn zu gehen, auf dem Wasser zu gehen, und dann werden Sie ihn finden. Nun, dieser Stabilität war wichtig, und in der Zeit der Krucifixion, als er in dieser Stabilität war, sagte er nur eine Stabilität, die zeigt, dass etwas von seinem Krucifix zu beendet wurde. Es. Er sagte nicht, dass alles beendet wurde. Er sagte, es wurde beendet. Er hat auf dem Kreuz gesprochen, hat Jesus nur einen Satz gesagt. Und dann hat er gesagt, es ist jetzt getan. Das heißt, es war eine Sache, die zu tun war, und dann hat er gemeint, damit war es schon getan. Er hat über die Zukunft gesprochen, über den Heiligen Geist gesprochen. Er hat über die Zukunft gesprochen, dass alles, was gegen ihn gemacht wird, vergeben wird. Aber nichts gegen den Heiligen Geist wird vergeben. Er sagte, ich will senden Sie einen Kanzler, der Ihnen alles zu erklären wird. Ich werde Ihnen einen Redemer, der Sie zu retten, und einen Komforter, der Ihnen zu geben wird. Die dritte Sache, er hat gesagt, Sie müssen wiedergeboren werden. Er ist der einzige, der das gesagt hat. In der ganzen Bibel, Moses und all diese Menschen, es ist er, der sagte, Sie müssen wiedergeboren werden. Moses und die anderen haben es nicht gesagt. Denn Moses, wie ich Ihnen gesagt habe, und Abraham waren beschäftigt, seine Balance in diesem grünen Teil des Körper. Aber diese Erwachsenung von Christen in Ihnen, die Erwachsenung von Ihrem Geist, als ein zweites Geist, wurde nur von Christen gesagt. Aber dass Christus in Ihnen erweckt worden musste, wurde nur von Ihnen gesagt, und dass Sie ein zweites Geist bekommen mussten. Wir haben also begonnen, die Menschen zu geben. Wir haben also begonnen, die Leute zu taufen. Sie bekommen etwas Wasser von irgendwoher, von jemandem, von jemandem, von jemandem, von jemandem, von jemandem, von jemandem, von jemandem und sagen, Sie sind baptisiert. Wir nehmen irgendwoher etwas Wasser, tun es auf dem Stirn oder auf dem Kopf, und sagen, ja, jetzt sitzen Sie an dem Wiestern oder so. Es ist so eine Artifische Sache. Es ist ganz künstlich. Denn es ist nichts, was passiert, nur Sie haben etwas Wasser gelegt, jeder kann es tun. Aber es ist ganz künstlich, jeder kann so etwas machen. Es ist nichts passiert. Aber um die Taube zu bekommen, müssen Sie die Kundalini hochsteigen, um durchdringen. Christ hat nicht gesagt, dass Sie Wasser nehmen und auf jemandem Kopf nehmen müssen. Hat er so gesagt? Aber eine zweite Geburt muss stattfinden. Und die zweite Geburt, heißt es, dass ein lebendiger Prozess stattfindet, oder Sie können es ein lebendiger Prozess oder ein lebendiger Prozess muss stattfinden. In Sanskrit-Language ein Vogel heißt Vijjahar. Und eine realisierte Seele heißt auch Vijjahar. Das bedeutet, zweit geboren. Niedegeborene. Like a bird is an egg, first of all, then it grows in that egg shell, and then it matures, it breaks through, and it comes out as a transformed personality, as something else, absolutely something else from the egg. On the Easter day, we give people eggs to remind them that you are egg now and you have to become the bird. but I don't think people know that. Because resurrection is the message of Christ. Crucifixion is the accomplishment, accomplishment, but resurrection is his message. Loudly. and the way we are making Christ look so miserable is something I just can't understand. They just show the skeleton of Christ hanging with a skin there. Can a skeleton carry such a big cross? Michelangelo was another realized soul, who painted Christ like a, the way he was, a huge person. who was healthy, full of vigour and joy, and not a miserable, pitiable caricature. I think people who are sadistic enjoy this kind of a thing, to see somebody miserable. Perhaps that is the reason. Because just below that I have seen a miserable looking skeleton put there as Christ on the table. Spiritual life is not misery by any chance. It was a thing of great pride, that Christ came on this earth. Because when he is awakened within us at this point, he sucks in the ego and superego. that means he takes away all our conditioning and our actions, the karmas. That means in the Christian words we can say he sucks away all our sins. He has died for us. He has gone through all the miseries. He didn't leave any misery for us to go through. There is no need for anyone to be miserable now. For example Jews said that, oh, they denied Christ, and that's how they said, oh, we must have miseries. We have to suffer. So they suffered nicely. When Hitler came in, he made them suffer. That's what they were thinking was religious life. Was that? And today the same people, who suffered, have become the other side of it, and they are doing all kinds of things, without any relation to their religion. because the greatest of greatest commandments is, thou shalt not kill. And then how do you explain this Christian militia in the name of Christ killing so many helpless people? small children, innocent small children, women, for no crime of theirs. In the name of God, in the name of Christ, in the name of Mohammed, these people are just using their is Sadism. Where is the word that is said as love and compassion of God? Mohammed has talked of Rahmat, all the time of Rahmat. He calls God Rahim. Rahmat means compassion. Rahim is the embodiment of compassion. One can't understand these nations. What they have done of God and these incarnations, nobody can explain. Those who followed Buddha like Japanese and Chinese, what are they doing? We have some followers of Mahavira, they have become such extreme vegetarians, that they try to save mosquitoes and all little worms on the street. They are so stupid that they make some bugs to suck the blood of a realized soul, so that the bugs will get realized. This absurd vegetarianism, one should understand, are we going to give realization to chickens? We are more kind to animals and to our tables and chairs than to our own children. human beings are going in the wrong direction. The right direction is to be in the center and watch for the last ascent. And when the Kundalini rises, she takes you through this gate of Christ, through him alone it takes, that's why I said, through him everybody has to pass, into the realm of kingdom of God, which is the limbic area within you. the superego and ego represent your past and future. A thought rises and falls off, and another thought rises and falls off. One is a past, one is a future. Our mind jumps on the cusp of these thoughts. We have to be in the center of these two thoughts, which is the present. We have to be. But just by giving lectures and saying, now you be in the center, you just don't become. By giving lectures or giving badges or starting organizations or having some sort of a postcard with you, attached on your head, you don't become that. All honest seekers must know that this is all outside, it has nothing to do with inside. If you are true seekers and know that all these things are ego-pampering, and is very misleading. It is to be understood in its right perspective, in the proper wisdom of a human being. Now when you cross through your Agnya chakra, you become thoughtlessly aware. because you establish your attention in the present. In the center. In the present. In the present. But again, I have to tell you one thing, that this is not a myth, it is an actualization that has to take place. It has to happen within you. Your awareness has to be enlightened. It is not just saying, I am an enlightened being giving a false certificate to yourself. Then the Kundalini passes through the last chakra of the Sahasrara, one thousand petals, and opens out into the subtle energy of God, his love and his compassion. At this time you are thoughtlessly aware, but you are in complete state of bliss and relaxation. You feel the all-pervading power for the first time as a cool breeze. This is the cool breeze of the Holy Ghost. described in the Koran as Ruh, in the Indian scriptures as Chaitanya Lahari. Means waves of consciousness. We can put waves of enlightened consciousness. There are books and books written about it in Sanskrit language. But they are not translated. Some people who went to India to study Sanskrit, they were only interested in the loopholes of the culture. Like a thief is interested in all the weaknesses of a bank, they went there to study, what they can get to support their weaknesses. In the late sixth century in our country, a big revolt against God broke out as Tantrism. Where insulting the deity and unholy behavior became the science of Tantrism. They behaved in such a manner, that with the repulsion, the deity is disappeared. And they created an area around them, where they could get all the negative satanic forces to handle. Und dann gab es um Sie eine Gegend, wo die ganze schlechte, böse Kräfte reinkommen könnten. Das ist in Sanskrit-Language als Bhuta-Vidya, Preta-Vidya und all das, was in short means the knowledge of the symmetry. Please don't disturb others. Now this Vidya was practiced, this science was practiced by people who wanted to entice and hypnotize people and make money. But the people who went there only studied these erotic and dirty things, which has no meaning to the philosophy there. I went to Nepal twice with my daughters, we never saw anything wrong there. But then one of the Sahaja Yogis told me, Nepal is filled with these erotical images. I said, where are they? I can't see. See there, he said, on top of the temple. All these Japanese had their zoom lenses put up there to see. They had brought special type of, what you call the, ladders, you see, special type of ladders, to climb up, to take the special photograph of the special brains. And the Nepalis told me that these stupid people are doing something so unholy and unsanctified. that they have no sense of holiness. They have no sense of holiness. And I said, that's not so they have, but they have lost it now, they can make money out of it. But they were surprised. They said, who's going to buy these inauspicious things in the house? They'll bring all Boots in the house. But these Tantrikas had convinced these poor artists, that you make such statues on top of the temple, so that the goddess of thunder is a virgin and she will get, she will never come near this, because it's so dirty, you see? So, one has to understand, that God is purity. He is sanctity. He is sanctity. And He is holy. He is holy. Now, with this idea, now I'm going to tell you about the holiest and holiest that resides within you. The beauty that is within you. The beauty that is within you. The bliss that resides within you. And the light that watches you. It is your spirit. It is a reflection of God Almighty in your heart. God is the witness of the play of the Holy Ghost. God is the witness of the play of the Holy Ghost. Christ Mother was herself an incarnation of that. But it was not mentioned in the Bible, because if these Romans or Jews had known that she is the one, they would have cut her into pieces and attacked her. So, it was not said, because Christ had to play this drama of crucifixion. So would it not be said, that Christ had to play this drama of crucifixion. But you can find out after your realization, through your vibratory awareness, that whatever I am saying about them is absolute truth. Because your spirit, which is the absolute, gives you the absolute answers. It doesn't give you relative answers. It doesn't give you relative answers. It takes you out of this relative world. And you know the absolute through your new awareness, which is vibratory awareness. We can say the sanctified awareness, the holy awareness. When this Kundalini rushes through this point, she enlightens the Spirit, because the seat of the Spirit is here. in our brain, all these seven centers are placed like this. All the seats of the centers are in the brain. So when the Kundalini comes out of this center, all the centers get integrated. because the Spirit integrates you. Like in the room, when you have no light, you are fighting for different, different places, different, different things. and you are fighting for different places. But when there is light, you know where you stand with what. So the relativity is dropped out. But when you become the Spirit, and you become the collective consciousness. Your attention gets enlightened into collective consciousness. It becomes. Because this Spirit in you is the collective being. Everybody's Spirit is connected with each other. It gives the message, which is the collective message. Now when you place your hands towards yourself, and try to find out, by putting your aura into a proper bondage, then you can find out about yourself. If it is a physical and a mental imbalance, then the right hand shows on the fingers, different centers. and when it is an emotional problem, the left hand shows. All these vibrations, you receive, their sensations are decoded, and you can verify everything. sitting down here, you can feel the vibrations of any person. Sitting down here, you can feel the vibrations of any person. The other day I said that Mozart was a born realized. So they said, how do we know? I said, just put your hands and think of Mozart. and immediately tremendous vibrations start flowing. When such realized souls play any music or paint any paintings for a realized personality, it is the greatest source of joy. because you don't think about it. Because you don't think about it. But the essence of the creator of that joy becomes one with yours. and you enjoy it only for joy sake. Because Spirit is the joy within you. means it is neither happiness or unhappiness, but it is single thing is joy. Happiness comes when your ego is pampered, and unhappiness comes when your superego suffers. you get out of the duality of these two and you become the joy, which is singular, which is because you become the witness of the play. No more you are in it involved. supposing you are in the water, then you have the fear of the drowning, because you see the waves around. But supposing you get into the boat, and you are established in the boat, and you are established in the boat, then you enjoy the same waves. That is the mastery you have to reach. Another very gross simile I will give you, but don't carry it too far with your mind. In a car you have a brake, and an accelerator. In the same way, we have the accelerator and the brake. The human driver tries to balance both of them. and the human driver tries to balance both of them. Then he becomes the expert driver. Then automatically he drives. Now the master is sitting at the back, that is the spirit. and he sees the driver in him drive. Then he sees the driver in him drive. Then he sees the driver in him drive. Now when you see yourself as a third person, you are not involved in the joke. You must have seen some little children talk like that in a third person. Like they'll say, this John will not go there. These days there are so many realised souls born in Europe and England, America, that we must get Realisation to look after them. They are great saints born on this earth. They talk another language of vibratory awareness. If they have a problem, they suck the finger to suggest. If they have a problem, they suck the finger to suggest. Many saints want to be born. But in the countries, where the children are not understood and respected and loved, they avoid it. All the Sahaja Yogis, who are married now, have got great saints born to them. Tremendous people. That is how I would request you, all of you to know, that the time of resurrection has come, the time of your judgment has come. There are many people who ask me one more question all the time, that what about cleansing ourselves before coming to eat, we are not yet ready. You don't have to judge yourself. You have done all these things in your previous lives, you don't have to do anymore now. Apart from this, we have to know, that the one who has created this universe, is much more worried in saving this creation. All these aspects are busy there to help you out. If he has to save his creation, he has to save human beings. and this blossom time has come, where many flowers are going to become fruits. Sahaja Yoga has been there since times immemorial. All those who got Realization got through spontaneity, there is no other way out. As every seed gets germinated through its living force. But on the tree of life, there were one or two flowers to begin with. But today there are many flowers. So it has to be an en masse happening. Many of you who have been to India with me, have seen thousands of people getting Realization. because in the villages, there are people who are not so complicated. And it will happen to so many people on this earth. A lady interviewer asked me, how will it go to people whom you do not meet? It is very simple because when I was in Hong Kong, the lady who owned a television, asked me to stand up and give vibrations to people. And in that horrible, busy city, many people got Realization through television. The science has developed so many things like a camera, which can take a photograph and which has the vibrations. There are so many ways we can spread it much faster than Christ could have done it or anybody who could have done it in these modern times. But it is difficult, because it is becoming. People like a convenient type of a yoga. If you tell them to stand on their heads, they are happy. But if you tell them just you have to put your hands, they just don't understand. But all the vital things of this world are done so simple, in such a simple manner. Apart from your evolution, your breathing, your seeing, everything is so simple. It is so vital, so it has to be simple. So people, who like to have lots of mental feats with Sahaja Yoga, find it difficult to accept. I do not say that you close your brains, on the contrary, open it, completely. Logically reach the conclusion. Not blindfolded. Not blindfolded. Not blindfolded. But once you have come to logical conclusion, you cannot do with this limited brain. Because you have to enter into the unlimited. And for that, we have to leave this limited behind. But once you get enlightened, everything becomes logical. You can verify everything. It is so simple. Like to the blind people, we cannot tell about the colors. We can just say, all right, let the eyes open, then you can see. And that is what is as simple as getting self-realization. There is no danger. There is no danger. No problem. May God bless you all. So today is the last day, and I thank you very much for giving me this opportunity to be with you all, such great seekers, and I am sure next year again I'll come. Come on. May God bless you all. Even if you don't get your realization today, you will all get it. We are going to start a center here, and we already have a follow-up meeting. As there is no money involvement, you people have to organize it yourself for Vienna and Austria. And it is your own look-out. But you all can write to me in London all your problems. May God bless you. Today is the last day, and if you want, you can ask, questions for about five minutes or so, but better is to get to Realization. you people can come here on the stairway. 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 Es ist eigentlich besser, wenn Sie sich irgendwo hinsetzen können. I think some can come down, because there's some more coming in. Come on this side please, don't stand in the door, come on this side. I have told you that this is your own, this is your own property. It's just an enlightened light can enlighten another light. There is no obligation of any kind. There is no obligation of any kind. I better do it. There is no obligation of any kind. Now, whatever I just tell you, please listen to me and cooperate with me. That's all. First you must know that you have to have a cheerful temperament. There is nothing to be serious about it, nor to be frivolous. But be careful, because you are going to have the last ascent now. Now, you put your hands towards me in a very relaxed way. Keep them on your lap. But before that you better take out your shoes, because they are tight and they stop the connection with the Mother Earth. You can also lose your hands, because you are not in touch with the Mother Earth. You can also lose your hands. You can also lose your hands, because you are not in touch with the Mother Earth. And then, if there is something tight in your neck or on your waist, if there is something very tight, you should be comfortable. that is weighing on the chakras, because it is a very subtle thing it is. You can even take out your glasses, it will be all right. Now, everyone has to do it. Those who are not going to do it, should go out. Everyone has to close the eyes. If somebody keeps the eyes open, it disturbs the vibration. So I request you in the interest of everyone, be civil and you better go. You have to be also kind to yourself. Now, please close your eyes. And do not put any pressure of your attention being taken to any place. Just leave it loose. The concentration and all that is not to be done at all anywhere. Just leave your attention absolutely loose. Let it think, let it do what it likes. Now, you should know that the left hand of yours is the expression of your power of desire. And the right hand is the power of action. So we have to use the right hand for the action and left hand is kept towards me, little stretched out fingers. And keep your hand very relaxed. Now, the right hand, as I have told you, that first we have to get rid of the so-called guilt business, from our minds. So you should be put at the left side of your neck, from the front side. But don't open your eyes and keep the left hand stretched towards me straight. But on the left. Now, by putting that, you just say, Mother, I'm not guilty. Please say it again and again, Mother, I'm not guilty. That is important, because that is one of the big problems in the Western countries. It is very important, because it is one of the biggest problems in the Western countries. So many of us. Maybe it is a close to yourself. Remember to take a little rest? Yes. But don't worry. Yes. Because it is in the getms. Then that CDU is in the brain. Jetzt legen Sie die rechte Hand auf den Herzen. Und sagen Sie, mit vollem Verständnis und mit Ihrem Herzen, fragen Sie eine Frage. Mutter, bin ich der Geist? Drei Mal fragen Sie. Auf dem Herzen. Es ist ein bisschen höher, ja. Drei Mal fragen Sie. Drei Mal fragen Sie. Denn Sie sind. Aber Sie müssen fragen Sie. Aber Sie müssen fragen Sie. Jetzt legen Sie bitte die rechte Hand auf den linken Seite Ihrer Stomach. Jetzt legen Sie bitte die rechte Hand auf die linken Seite des Bauches. Und fragen Sie eine Frage. Mutter, bin ich mein eigener Meister? Und fragen Sie, Mutter, bin ich mein eigener Meister? Und fragen Sie, Mutter. Wie ist das denn? Wie ist das denn? Das wird sofort ausbrechen, weil Sie Ihr Guru sind. Sie brauchen keinen Guru überhaupt. Wenn Sie den Guru werden, Sie brauchen keinen anderen. Wenn Sie den Guru werden, dann braucht man keinen anderen. Also bitte fragen Sie mit vollem Hoffnung. Jetzt fragen Sie aus ganzem Herzen. Es ist zu viel Schrauben, es ist zu viel Schrauben. Es ist ein Mann, der seine Frau aus der Runde ist. Sorry. Was ist sein Name? Was ist ihr Name? Sie sehen, das ist Negativität. Was ist die Worte? Die Worte nicht werden. Das ist wie sie attacken. Better gehen Sie jetzt. Tell Ihren Husband zu behave himself. Sie können nicht disturb, Sie sehen. Sie können sie nicht. Das ist die Sache. Sie sehen, sie sind nicht civil. Sie sind nicht civil. Sie sind nicht civil. Wie können sie realisieren? Sehr uncivil. All right, es geht nicht. Forgive, forgive, forgive. Das macht alles nicht. Das ist alles nicht. Jetzt aber nicht. Sehr unklar. Dann schau sie rechten Hand wieder an den linken Seiten des Bauches. Und sagen sie zehnmal jetzt, Mutter, ich bin der Guru. Dann gehen Sie die Gerne und sagen sie, Mutter, ich bin der Guru. und Jetzt sage ich, bitte, wieder einmal, mein einziger Wunsch ist, der Geist zu werden. Mein einziger Wunsch ist, der Geist zu werden, um mein eigenes Wunsch zu werden, um das Selbst zu werden, um das Absolute zu werden. Um mein eigenes Wunsch zu werden, um das Absolute zu werden, um mich selbst zu werden. Lassen Sie es sich manifestieren. 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 Lassen Sie es sich manifestieren und sagen Sie, Mutter, ich bin der Geist! Lassen Sie sich mit vollem Mut an, dass Sie Sie sind! Richtig! Lassen Sie die Größe flach auf die Mutter, Sie sehen, Sie sehen, nicht ... Lassen Sie die Größe flach auf die Mutter. Diejenigen, die auf dem Boden sitzen, sind okay. Sie müssen sich keine Sorgen machen, es ist okay. Also jetzt, auf das Herz, Sie legen es und sagen, sage, Mutter, ich bin der Geist, sage es zwölfmal. Lassen Sie sich nicht schuldig. Bitte, das ist der einzige Schlag, der Sie alle haben, dann Sie sich schuldig fühlen, während Sie es sagen. Sei sicher. Ich sage, Sie sind der Geist. Warum beurteilen Sie sich selbst? Lass die Divine beurteilen Sie sich selbst. Gott muss Sie urteilen, nicht Sie sich selbst. Also sagen Sie es einfach, ohne sich schuldig zu finden. All right. Without feeling guilty, say that, if I have done anything wrong, forgive me. You can say this to God. Oh God, if I have done anything wrong, please forgive me, without feeling guilty, because to take out your guilt, I am just saying this. I am sure you see me. Better. Jetzt legen Sie die Rechte Hand wieder auf den linken Schultern, am Nacken. Und wieder sagen, bitte sagen, 16 Mal jetzt, Mutter, ich bin nicht verantwortlich. Bitte sagen Sie es. 16 Mal, Mutter, ich bin nicht schuldig. Mit kein Selbstmitleid haben. Man muss kein Selbstmitleid haben. Man muss voller Glaube es einfach haben. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Jetzt legen Sie die rechte Hand auf den Stirn und drücken Sie die rechte Hand auf. Und sagen, Mutter, ich verzeihe jedem, also allen. Jetzt legen Sie die Hand auf den Kopf. Jetzt legen Sie die rechte Hand oben auf den Kopf, in der Mitte, auf den Fontanelboden. Es ist da, wo Sie als Kind eine weiche Stelle hatten. Und versuchen Sie die Höhe zu fühlen, in der centralen Teil des Hauses, zurück und zurück. Und versuchen Sie die rechte Hand auf den Kopf, also am Scheitel, nach hinten und nach vorne. Von der base of your hand you can press it, mit der base of your hand you can press it. Try to press it, you can do it yourself. With the base, with the base of the hand. Ha, done, very good. Wenn Sie mit der Hand passen. Wenn Sie mit der Hand passen. Wenn Sie mit der Hand passen. Jetzt müssen Sie sagen, Mutter, ich will meine Realisation. Weil ich nicht über ihre Freiheit schreiten kann. Sie müssen es fragen. Man kann diese von. Du l tasst an. Die Hand passen Sie mit der Hand. Du wirst fordern. Kommst OM. Kommst på. Und das heißt. Kommst奏. du willst du das? Bis dann? Kommst du zurück? Sie können mit der anderen Hand verändern. Die rechte Hand auf Ihren Kopf gegen mich, und die rechte Hand auf sich und auf dich selbst. Geh es um und um, um zu sehen, dass es ein cooles Wind ist. Sie können mit der anderen Hand verändern, um sie zu finden. Sie können mit der anderen Hand versuchen, wenn Sie wollen. Wenn es hier Journalisten gibt, in dieser Gruppe ist, würde ich sie auf ihre Realisation nehmen, sonst müssten sie nichts publiken. Wenn es hier Journalisten gibt, dann möchte ich beten, dass sie erstmal die Realisation kriegen, sonst sollten sie nichts gründen. Denn Sie können Sahaja Yoga nicht verstehen, ohne ihn. Es ist nicht eine oberflächliche Sache. Aber Sie müssen Ihre Realisation bekommen, sonst werden Sie verhindern, oder verhindern, oder wir können sagen, Sie verhindern die Menschen, die Seekern sind. Sie müssen die Realisation kriegen, sonst stören Sie die andere Leute, die wirklich nach der Wahrheit suchen. Ah, besser. Gut, wenn Sie es bekommen. Also das applaudieren. Ah. 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 You're the only jetzt. Jetzt legen Sie beide Hände nach Me. Und sehen, ob Sie einen kühlschrank bekommen. In Ihren Händen. Nehmen Sie die Augen. Halten Sie den Hals gerade. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Also bitte machen Sie jetzt die Augen auf, wenn Sie die Kundalini nicht spüren, dann macht es nichts. Sie zeigen mal zu Ihnen, wie Sie die Kundalini hochgeben können, wie Sie es selbst machen. Und jetzt sollten Sie mich ohne zu denken sehen. Sie stellen einfach so Ihre Hände. Vielen Dank.